Oh, ich seh Henning. Er ist gerade sehr in der Nähe von seinem eigenen Block. Ne, wir warten einfach hier bei den Goldblöcken. Okay, ich seh ihn. Pass mal auf, dass er dich nicht sieht. Ja, ich bin am Dingsen. Ich mein, es ist eh nicht dramatisch. Ich hab nur Startzeug. Ja, aber dann kannst du nachher mit, also einfach hinterher gehen und sagen, wenn er nicht mehr ist. Okay, er läuft tendenziell eher in die Mitte, Leute. Er kam jetzt wieder zurück. Ich war hinter ihm. Dalu, kommst du gleich zurück zu den Goldblöcken. Ja, in unserer Startkiste ist übrigens gar nichts mehr drin. Okay. Haben wir das genommen? Das kann sein. Also bei Geld ist noch was, aber das nehme ich jetzt nicht. Ne, ne. Essen war mir da schon das größte Problem in dem Match. Ja, ganz eindeutig. Und die Nacht. Das find ich ja ganz gut. Ja, ja, das ist so eine natürliche Erschwerung. Das ist jetzt nicht so. Dass die Monster das noch ein bisschen schwerer machen. Ähm, okay, also er könnte sein, dass er jetzt in der Nähe von der Mitte ist. Die blauen sind jetzt bei den Goldblöcken. Ich bin, hab mich entfernt, weil die da zu zweit sind. Und, äh, dann ist es negativ. Der kann kein Eisen haben. Ne, kann er auch nicht. Weil ich gerade gestorben bin. Ja, Nico. Okay, ähm, also er darf noch nicht in der Mitte sein. Er müsste jetzt irgendwo hier am Rand rumschleichen. Weil er ist, ich hab gerade gesehen, wie er in die Richtung gelaufen ist. Also macht euch mal bereit, dass der da irgendwo in der Nähe ist. Ja. Henning ist wieder in der Mitte. Henning ist aber, ja, der darf doch nicht rein. Also darf er schon, aber er sollte nicht. Oh, ich sehe Henning. Er ist gerade sehr in der Nähe von seinem eigenen Block. Achtung, ich versuche ihn mal daran zu hindern, dass er irgendwas macht. Der ist in der Nähe von... Ja, da links, 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 da ist jetzt wichtig, komm! Ja, ich kann nicht essen. Äh, ich kann immer noch nicht hinter ihm herrennen. Oh doch, ich hab Steak. Oh nein, warte, das gehört nicht mir. Scheiße. Ah. Oder hat man als Start fünf Steak. Wo ist der? Äh, der ist gerade wieder in die Richtung gelaufen. Seht ihr mich? Ich bin hinter ihm. Ja, ich renne dir hinterher. Den müssen wir jetzt weghauen. Kommst du mit, Dadu? Ich kann nicht rennen. Ich hab nichts zu essen. Scheiße. Oh, wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ich hab ihn tot. Dann haben wir gewonnen eigentlich. Nein, noch nicht, wir müssen ja noch mit Blau kämpfen. Blau greift mich jetzt an. Ich hab seine Sachen. Du hast noch gutes Zeug, du sollst jetzt nicht sterben. Jonas, wenn du zu mir kommst... Oh, ja, das dürfen wir einsammeln, ja? Greift mich jetzt an, Leute. Ja, dann versucht dahin zu schleichen, wo... Leute, kommt ihr bitte ran. Ja, 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 ja. Ich kann auch nicht sprinten. Hier seid ihr. Okay, hi. Da sind die. Und die haben Bogen und so. Oh, natürlich. Den Bogen kann er nicht haben. Kann ja sein, dass sie das in ihrem Startkram hatten. Da war doch keiner in der Mitte. Also jetzt auf jeden Fall. Ja, wow. Ich werd jetzt getötet von... Ich bin sofort tot. Ich bin sofort tot. Okay, he's down. Oh, ich spawnet in der Mitte und hab zufällig Gier gefunden. Ja, ich bin jetzt auch in der Mitte. Haben die nicht... Hä, wo sind denn deren Blöcke hin? Die haben sie sich wieder geholt. Ja, ich werf das Gier jetzt weg. Nee, also ich mein, ich hab das halt... Dann soll Dani ihr Gier auch wegwerfen. Die hat das doch gar nicht an. Die hat ne Eisenrüstung an. Dani ist aber auch... Die wegschutzten wieder länger. Die ist lange nicht gestorben. Also die kann das ruhig benutzen. Die ist wirklich lange nicht gestorben. Gut, aber ich glaub jetzt einfach immer wieder mit dem Gier, was ich hab. Also mit normalen Gier. Ja, ich schmeiß es nachher weg. Ja, ich glaub mit normalen Gier... Dani hat kein Gier. Oh, oh, sorry, oh. Also ich, ich... Sorry, Dani. Dani. Tut mir leid. Hab den Chat gerade nicht gesehen. Ben, ist das hier nicht die Blöcke von Team Blau? Die stehen doch beide hier. Hä, wo denn? Hier auf dem Block. Nee, das ist gelb. Nee, das ist gelb. So, ich werfe jetzt das Gier hier hin, damit das auch keiner wieder einsammelt. Dani fragt gerade, ob wir selber Ausrüstung machen und selber Blöcke und sowas. Weil ich meine, unsere sind ja noch versteckt, oder? Stimmt. Vor allem die blaue Basis war ja nicht so die Herausforderung. Richtig. Beim letzten Mal. Ja, ich werd... Wo waren die denn nochmal? Ich komme mal in die Mitte. Wo seid ihr? Ich bin auch in der Mitte. Aha. Das ist schwer. Schade, dass man von Anfang an nicht sieht, in welche Richtung etwa. Das müsste blau sein. In unseren Kisten ist gar nichts mehr drin, da sagst du, Danu. Äh, Danu. Das sind dann nicht unsere Kisten. Sonst lachen wir in unserer Base, ich hab den gerade angeguckt. Hä, hä. Ob wir da noch was haben. Ich kann mir da nicht rennen. Eigentlich will ich mich lieber wieder nochmal töten. Ich hab noch viel Steak. Ah, nee, die sind Soulbound. Ja, stimmt. Das ist blau. Das ist blau. Das ist blau. Das ist blau. Und sie sind in der Base. Die haben unseren allerersten Block noch nicht gefunden, der direkt am Eingang ist. Soll ich mal schreiben, dass unsere auch in der Base sind? Haben wir schon hundertmal, glauben die uns nicht. Haben wir schon. Schreib ich's halt nochmal. Ich hab jetzt keine Pickaxe leider, ne? Alleiner in der Pickaxe? Ne, ich auch nicht. Scheiße. Ne. Holz müssen wir holen. Ja, ich mein, in der Nähe könnte aber auch heißen, dass sie's so gemacht haben wie wir, dass sie halt in der Höhle das gemacht haben, die von der Base aus zugänglich ist. Was? Die Schlucht war zwei bis dreihundert Blöcke weg, das ist nicht mehr Base. Ja, aber darum geht's so. Von der Base aus. Von der Base erreichen. Kannst du das kurz machen, weil sonst... Die geben doch auf. Ich sage, ob die offiziell aufgeben und dann beenden wir das. Ja, wie gesagt, von der Base zu erreichen. Und das war auch allen klar. Außer denen jetzt wahrscheinlich. Das ist natürlich schade jetzt, weil ich mein, die haben ja da, die wollten denen bestimmt nix Böses und jetzt ist das halt irgendwie so, dass wir dann wieder... Die waren ja eigentlich eh schon raus. Die haben doch ihren eigenen Block wieder aufgehoben, nachdem wir ihn gekillt haben. Nein, ja, aber die haben ihn doch dann wieder gesetzt, Dalu. Die haben den wieder selber draufgestellt. Ja, aber der Block war doch eigentlich verboten für die aufzuheben. Ja, aber ich mein, die haben ihn ja dann, also als er ihn erst aufgehoben hat, meinten die ja dann, okay, sorry, dann stellen wir ihn dort wieder hin. Also das war ja eine anfängliche Verunsicherung. Und dann haben die den halt wieder hingestellt. Also die haben jetzt schon nichts Verbotenes gemacht. Ach, guck mal, da ist jemand Blaues. Ne, also die haben den halt aus Versehen eingesammelt. Und dann, als wir gesagt haben, hier den hätten sie jetzt aber gar nicht haben dürfen, dann haben sie ihn wieder in die Mitte auf ihr Podesta gestellt. Kann es sein, dass sie mich jetzt gerade dahin leiten? Also ich bin jetzt in deren Bay. Ja, ich bin gerade bei irgendjemand Blauem. Ich seh grad den Namen nicht. Aua. What the fuck? Oh. Ich seh hier nix. Ich hab keine Fackel. Ich bin auch bei was Blauem. Ich komm hier in die Linus. Naja, das Problem ist jetzt das Lambe. Ich seh gar nix. Ich kann hier nix abbauen. Ich komme. Ach, hier ist er. Okay, hab ihn gefunden. Ja. Okay. Hm. Blöd. Wo ist der andere? Ist der da hinten? Das ist ne gute Frage. Ich renne ihm mal hinterher. Nico hat sich selber angezündet. Das ist gut. Nee, das ist... Jetzt hat er sich getötet. Also er wollte mit mir kämpfen. Jonas. Okay. Hier ist der andere. Aua. Aua. Autsch. Du warst doch grad hier. Ja, ich bin ja auch auf dem Weg. Aber ich werd gerade von den Scheibenkreis dringen. Oh. Are you kidding me? Geben die auf. Geben die jetzt echt auf? Also wir haben jetzt beide Goldblöcke. Wo ist denn der andere? Wo ich stehe hier. Ah. Wo denn? Ich bin bei Hall of Games. Ja, komm nochmal wieder dahin, wo du den anderen Goldblöck abgebaut hast. Okay. Quasi genau da. Oh. Na ja, gut, hier müssen wir rein. Hier? Achso. Ja, mhm. Dann ist er hier. Das ist halt irgendwie blöd. Das ist... Warum? Die haben halt aufgegeben. Die hätten ja noch weiter zoomen können. Die haben ja den Block nicht gefunden, der genau in der Base war. Ja. Also der so am Eingang. Stimmt. Also eigentlich, ja. Einfacher geht's nicht mehr. Nee. Nee, jetzt kommen wir leider nicht hoch. Doch. Kann auch abbauen. Ja gut, und die Schlucht, die war jetzt auch nicht tausend Blöcke weg. Das war einfach da runter und auch nach rechts. Das ist jetzt nicht tausend Blöcke weggegeben. Ja, ja, eben. Also, so wie es in den Regeln stand, war das legitim. Und der, den Block, den sie jetzt noch suchen, der ist ja absolut in der Nähe. Ja, der ist, sagen wir mal, so richtig in der Nähe. Der ist neben dem Eingang. Oh, was ist denn hier in der Mitte? Ja, da gehst du richtig. Jetzt noch so vom Kieper in die Luft gefrinkt werden? Ja, die haben sich sogar hier hoch und runter gebaut. Die haben sich an dem Block vorbeigebaut. Echt? Ja, ja, hier sind überall Kobbel. Die haben sich wieder hochgebaut. Ja, ich setze jetzt erstmal die anderen Blöcke. Töte erstmal zwei. Nee, also die haben jetzt wohl aufgegeben, weil die finden unser Block noch vier haben. Jetzt ihre, dann müssen wir sie jetzt nur noch töten, damit es offiziell zu Ende ist. Zwei Stunden gesucht, ach, die Armen. Bam, yay. Ja. Ja, gut. Also haben wir das gewonnen. Oh, soll ich? So, ich hab's jetzt nochmal. geschrieben. Lass uns herkommen und ihn sich angucken. Ja, klar. Ja. Gut, dann, ähm, zeigen wir jetzt, dem das nochmal. Wo geht's lang? Ach, falsche Richtung. Ja, auf jeden Fall haben wir das auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen, Leute. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die haben wir, wir könnten die ja jetzt einfach easy peasy platthauen. Beziehungsweise, ja. Hat Niko ihn gerade gefunden, oder was? Nö, hier ist keiner bei mir. Hä, nein, aber ich mein, der sagt ja doch gerade hier oben, lach Smiley. Er will dich umbringen, also. Ach so. Na, hier ist pink, wow. Oh, ja. Also, was Dani jetzt meint mit, äh, zu weit weg, weiß ich nicht, weil er war ja wirklich ganz klar im Video erklärt und das haben wir auch nochmal gesagt vorher. Also, ich hab das jetzt auch so verstanden, ich mein, wir haben ja auch, er war auch nicht so weit weg. Wir haben ja auch bei den anderen aktiv in den ganzen Höhlen drin gesucht. Ja, genau, jetzt auch mal vergleichbar mit, äh, mit den anderen, die dann, äh, die Höhlen hingeknallt haben. Ja, aber die haben, die, die haben halt ihre Base an der Höhle gebaut, aber sie nicht in die Höhle reingemacht, also das muss man ja sagen. Ja, sie haben trotzdem, äh, trotzdem wussten sie, dass es erlaubt war, sie in der Höhle zu verstecken. Das hab ich ja sogar, haben wir, ähm, im Video sogar so gezeigt, dass wir das in der Höhle verstecken. Stimmt, ja. Okay. Also, hier jetzt raus, genau. Irgendwo nach da hinten. Ah, jetzt, es sind, es sind eh schon alle vom Surf, außer wir. Oh, toll, ich wollte, ich dachte, die wollen den noch sehen. Dachte ich auch. Also, der hat, da, ich will mir doch einmal angucken, wie die sich da vorbeigebaut haben. Warte, jetzt können wir uns ja Game-Mod geben, oder? Dann kann ich da schnell hinfliegen. Ähm. Game-Mode 1. Dlüh. Äh, Hilfe? Hier, warte. Nee, oder? Jetzt hab ich mich geholfen. Können wir einfach zu mir teleportieren. Oh, warte. Wie geht das? Wenn du hier auf dem Block drauf springst, also hier rechts. Ja. Hier, da siehst du ihn. Da sieht man ihn. Ja. Das ist auch nichts anderes als, ähm, als die mit dem Obsidian gemacht haben. Sogar noch netter, also weniger weit weg. Der zweite wäre jetzt der Knackpunkt gewesen, aber den haben sie ja gefunden, also es war nicht. Der war auch nicht weit weg. Also wenn du hier so. Ja, genau. Jetzt kommt eh noch ein Nachtreff, damit sie jetzt noch ganz schön interessant werden. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir haben es doch noch gewonnen, obwohl es zwischenzeitlich gar nicht mal so gut für uns aussah. Also Team Gelb war zumindest vom Kämpfen, vom Kämpfen her, hätten wir zeitweise nicht mehr so viele Chancen gehabt, weil Team Gelb ganz schön okay war mit den verzauberten Taktik. Ja, aber, ja, das stimmt schon. Aber die haben sich dann halt gegenseitig wieder... Ja, genau. Also wir haben es eigentlich genau richtig gemacht. Gut. Jo. Dann, wie gesagt, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schaut mal die Dahlung vorbei, die Links alle in der Videobeschreibung. Genau, Dahlung und Chris sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die anderen natürlich auch, aber ganz besonders Dahlung. Die, warte, die, wir haben jetzt noch kein einziges Mal unseren Gruppennamen gesagt. Die jungen, coolen Dudes. Übrigens wegen J, C und D, super. Und total nicht irgendwie albern oder so, aber hey, who cares? Yes. Gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.